über 120 neue brillen finden heute im preisschild noch und kommen dann runter was ich euch ganz besonders heute zeigen wollte sind die neuen brillen von lite ganz 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 extrem leichte brillen sind wieder super biegbar das ganze auch in randlos oder auch etwas eckiger und auch für die damenwelt ist was drin das ist jetzt an sie aber geht oder dann haben wir auch irgendwo ganz viele neue clipbrillen wenn ich sie jetzt finden hier haben wir doch zum beispiel bei den moxie clipbrillen sind immer zwei clips dabei sind beide clips inklusive ja wenn das auch was für dich ist dann kommt vorbei ich freue mich auf dich